Jeremy Toljan steht kurz vor einem Wechsel zu Sassuolo Calcio in die Serie A nach Italien. Der Außenverteidiger des BVB ist bereits vom Trainingsbetrieb freigestellt, um seine Zukunft zu klären und absolviert wohl in diesen Momenten einen Medizincheck in Italien. Ansonsten begrüßte Trainer Lucien Favre hier beim Dienstagvormittagstraining in Brackel. Zwölf Feldspieler und drei Torhüter, Lukas Piszczek, Matteo Morey und Patrick Osterhage fehlten aufgrund von individueller Belastungssteuerung. Zumindest Piszczek soll aber heute bei der zweiten Einheit des Tages am Nachmittag vielleicht schon wieder mit von der Partie sein.